Hey, herzlich willkommen bei Bonto Pflege. Super, dass du wieder am Start bist. Richtig, richtig cool. Hat dich oder interessiert dich die Meinung von dem Schulleiter, was er über die generalistische Pflegeausbildung zu sagen hat? Ich bin heute bei einem wunderbaren Schulleiter Manuel Benz zu Gast und er wird dir erzählen, wie er so die generalistische Pflegeausbildung sieht. Wie ihr alle wisst, sind 2020 die ersten Kurse gestartet und jetzt im Jahr 2023 sind die ersten Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen an den Start gegangen. Und er wird ganz authentisch und ehrlich darüber reden, wie er die Abbrecherquote sieht, was er über die fehlende Spezialisierung in den einzelnen Professionen von Kinderkrankenpflegern, Krankenpflegern und auch Altenpflegern sieht. Und er wird so einen kleinen Ausblick wagen, was es auch zu verbessern gilt. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn man was neu beginnt, dass alles völlig reibungslos läuft. Deswegen, du kannst schon richtig gespannt sein, was Manuel Benz zu sagen hat. Genau. Und wie immer, los geht's nach dem Intro. Jawohl, und da sind wir auch schon wieder bei Born to Pflege. Und wir sind hier in Bühl, Pflegefachschule St. Maria. Richtig, ja. Bei meinem Lieblingspflegefachschulleiter Manuel Benz. Hi, grüß dich. Wahrscheinlich der Einzige, den du kennst. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe es gespürt. Aber selbst wenn es Tausende geben würde, du wärst trotzdem. Das stimmt, du bist mein Lieblingstobi. Von daher, Checker-Tobi gibt es auch. Ja, den gibt es auch. Jawohl, schön, dass du wieder dabei bist. Sehr gerne. Genau, und wir wollen uns heute so ein bisschen Revue blicken über die generalistische Pflegeausbildung. Genau. Die Pflegeausbildung, die Generalistik, die ist 2020 an Start gegangen. Der erste Kurs ist jetzt bei dir natürlich super erfolgreich. Natürlich. Und die ersten Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen sind an den Start gegangen. Wie geht es denn dir als Schulleiter damit, bei dieser Veränderung dabei zu sein? Und wie geht es denn deinen Lehrern und Lehrerinnen? Ich atme tief durch. Wir waren Ende September fertig mit dem ersten Ausbildungskurs. und können tatsächlich auf 76 Prozent Gewinn zurückgreifen. Also von 25 Auszubildenden haben 19 alle Prüfungsteile bestanden. Das war so nicht zu erwarten, dass da tatsächlich in umliegenden Städten, Landkreisen die Durchfallquote extrem hoch war. Das kann Zufall sein. Kann Glück sein, dass es jetzt bei uns relativ gut geklappt hat. Es war für uns alle neu. Und ich muss leider auch nochmal das Thema kurz Pandemie in dem Rahmen aufmachen. Dass diese Ausbildung schlichtweg nicht schlechter hätte starten können, fast gleichzeitig mit der Pandemie. Da wir schlichtweg auf keine Erfahrungen zurückgreifen konnten, auch nicht im Online-Unterricht. Wir kein Teambuilding mit den Kursen machen konnten. Es konnte nie wirklich ein Kurs entstehen, da wir uns eigentlich vor den Bildschirmen hauptsächlich getroffen haben. Bei praktischen Übungen war es nicht möglich, in einem gemeinsamen Raum erst später dann sich zu befinden. Die Praxisbegleitungen haben zum Teil online stattgefunden, in Gesprächen oder vielleicht auch im Demoraum an den Puppen. Allein die Generalistik war schon eine Hürde. Und in dieser Zeit, nochmal mehr, ich meine über diese Zeit brauchen wir nicht mehr groß sprechen, war für alle eine große Veränderung. Und doch musste man das Beste draus machen. Und das ist uns dann mit harter Arbeit mit den Auszubildenden und den Praxisbetrieben zusammen, denn da heißt Zusammenhalt für alle drei wichtigen Säulen der Ausbildung, ja, quasi auch wieder zu Lernenden geworden zu sein mit den Auszubildenden. Das war für die Auszubildenden schwierig, weil die natürlich die Unsicherheit spürten bei allen Akteuren, die beteiligt waren. Aber da musste man transparent sein und sagen, Leute, wir müssen zusammenarbeiten, zusammen schaffen. Und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Ja, stimmt, das hatte ich schon gar nicht mehr im Blick, dass die ja mit Corona gestartet sind. Und was wäre denn so dein Fazit, das du jetzt am Ende dieses ersten Kurses so ziehst? Erleichterung erstmal, dass wir so weit gekommen sind. Wahnsinn, auch wie die Zeit vergangen ist tatsächlich. Wir waren dann am Tag der Entlassfeier, waren wir alle ganz perplex, dass drei Jahre hinter uns liegen. Und wir haben mal Revue passieren lassen, was alles war in den drei Jahren. Es war eine Zeit, in der wir alle viel gelernt haben. Und ja, ich bin jetzt einfach erleichtert, dass so viele haben bestehen können. Wir können jetzt auf erste Erfahrungen zurückgreifen, was jetzt den nächsten Kurs natürlich gut tut, dass wir sagen, wir hatten schon mal jetzt diese Abläufe. Aber, und das muss man deutlich sagen, lernen wir immer noch. Wir sind noch lange nicht so weit. Und das ist auch nicht zu erwarten in einer komplett neuen Ausbildung, dass da alle Räder greifen ineinander. Sondern da gibt es immer noch wackelige Stellen, Personalmangel, wo man hinschaut, ob an Schulen, in den Einrichtungen. Die Welt ist viel verrückt, ja, nicht nur an der Pflege. Das muss man einfach so sagen. Wir haben alle, stehen wir vor großen Problemen. Und wie gesagt, über Zusammenhalt letztlich geht es auch bei uns im Team. Wir haben immer noch Unsicherheiten. Immer wieder nachgucken, wie war das normal im Gesetz. Dann ändert sich vielleicht noch mal was im Gesetz durch das Pflegestudiumssteigerungsgesetz, was sich jetzt wieder Dinge verändern. Und Pflege ist gerade unfassbar im Wandel. Und diesen mitzugehen erfordert wahnsinnig viel Flexibilität von allen. Aber das haben wir jetzt gelernt in der Pandemie. Aufstehen, Krönchen richten und weiter. Hinfallen, aufstehen, Krönchen. Aber hingefallen? Hingefallen ist, nee, sind wir nicht. Nee, sehr da nicht. Kurz gestolpert sind wir alle wahrscheinlich. Über diese unvorbereitete Situation, die keiner kannte. Also hätte ich zu dir gesagt irgendwann, 20, 18, sind dumm, wir haben bald in der Pandemie am Mundschutz und so gedöhnt. Und Impfdiskussion. Hättest du gesagt, Manu, alles gut. Alles gut. Verschwörungstheoretiker. Ja, genau, ja. Ja, nee, konnte ja kein Mensch mitrechnen. Ja, ja. Jetzt ist die Generalistik mit einer guten Intention gestartet. Nämlich die Pflegekräfte flexibler, mobiler auch zu machen. Insgesamt auch die Pflege attraktiver zu machen. Fühlen sich deine Schüler attraktiver? Oder die, die jetzt erfolgreich beendet haben? Auch das wird ein Prozess sein, der mehrere Jahre dauert in Deutschland, bis man akzeptiert hat, dass man jetzt generalistisch ausbildet. Die Unruhen waren jetzt einfach zu heftig, dass jetzt alle sagen, wir feiern das ganze Projekt. Ich nenne es jetzt einfach mal auch ein Projekt. Es war ja eine komplett neue Ausbildung, ein komplett neues Gesetz. Da kann man nicht erwarten, dass nach drei, vier Jahren das Ding glattläuft. Auch für die Pflegekräfte, die schon länger in der Pflege arbeiten, müssen sich an dieses neue Konstrukt gewöhnen, dass die Auszubildenden jetzt mit anderen Anforderungen kommen, mit anderen Anforderungskatalogen. Dass hier Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkrankenpflege in einem Boot sitzt. Das ist für alle noch eine Umgewöhnung und ein langwieriger Prozess. Natürlich, wenn man nach außen wirbt, wirkt es attraktiver. Und die Attraktivität, denke ich, steigert sich dann auch noch mehr, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Auch mal weggeht von dem Konkurrenzkampf. Krankenpflege besser wie Altenpflege, Kinderkrankenpflege. Endlich mal den Blick zu haben. Das würde ich mir auch wünschen von den Kolleginnen und Kollegen zu sagen. Wir sind die Pflege. Wir sind alle wichtig. Wir sind alle in unserem Setting kompetent, mit anderen Kompetenzen. Und dieses, oft steht sich die Pflege selber im Weg, meiner Meinung nach. Weil wir einfach diesen starren Blick haben. Wir, wir, wir. Wir würden einfach mal roundabout gehen und sagen, hey, wir hocken nicht mal im gleichen Boot. Wenn wir gegen die Richtung rudern und ihr gegen die, wird das ja nichts. Also alle müssen jetzt langsam anfangen umzudenken. Von der Leitung bis zum Azubi, dass wir jetzt hier was Neues haben. Und da müssen wir uns drauf einlassen. Und das Leben besteht ja immer ständig aus Wandel. Und natürlich ist es schwierig, die Komfortzone rauszubrechen. Es ist immer angenehmer, so irgendwo einzunisten und zu gucken und zu warten. Nee, die Pflege muss kapieren, wir sind eins. Und nur wenn alle zusammen wuppen, dann wird es gut. Gegeneinander wird es immer schwieriger. Ja, die Diskussion, die kenne ich schon, seit ich irgendwie in Berührung bin mit der Pflege, dass die Krankenpflege sich für was Besseres hält wie die Altenpflege. Und ich denke, ja, aber ich gebe dir, das ist doch scheißegal. Jeder kümmert sich um seinen Patienten oder um seinen Bewohner. Das spielt doch wichtiger oder besser überhaupt keine Rolle. Man muss den Unterschied sehen. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt einen Golf fahre, ich mache jetzt eine Werbung oder einen Ford. Dann habe ich hier unterschiedliche Autos. Ich arbeite in der Krankenpflege auf einer Station Urologie, keine Ahnung. Habe ich die Geschichten, da kenne ich mich aus. Ich arbeite in der Altenpflege als Beispiel. Dann habe ich halt mehr Menschen mit Demenz, vielleicht Morbus, Parkinson, Menschen nach Schlaganfall. Jedes Setting hat seine Kompetenz und jedes Setting hat seine Berechtigung. Und daher ist für mich die Diskussion, sind wir besser oder wissen mehr als die anderen. Frag mal Ärzte, wenn sie sich auf etwas spezialisiert haben, haben vor Jahren, vielleicht mal vor Jahrzehnten Allgemeinmedizin studiert und haben sich jetzt aber auf Herz spezialisiert. Frag den nochmal was über Knochenbrüche. Dann wird er sagen, oh, ich bin jetzt der Herzspezialist, aber der mit der Knochenbrüche, der ist zwei Türen weiter. Das ist das Allergleiche. Dann wird auch keiner sagen, ja, weil ich Knochenbrüche, da kenne ich mich aus. Der mit dem Herz, der ist nicht so wichtig. Ja, und doch müssen zusammenarbeiten, weil der eine weiß eben das besser und der andere weiß das besser. Und von daher gibt es für mich kein besser, kein schlechter. Alle wichtig in ihrem Setting. Genau, und man braucht ja jede Profession. Ich brauche den Herzspezialisten genauso wie den für die Knochenbrüche. Da ist überhaupt keine Wertigkeit drin. Jetzt habe ich mitbekommen oder so kritische Stimmen, dass es eine sehr hohe Abbrecherquote gab. Wie hast du das wahrgenommen? Und hast du so ein paar Gründe, woran das liegen könnte? Ja, man kann es auch nicht pauschal jetzt sagen. Es gibt Schulen, da gab es weniger Abbrüche. Es gibt Schulen, da gab es wahnsinnig viele Abbrüche. Ich könnte mir vorstellen, die Pandemie hat eventuell auch den ein oder anderen Abbruch verhindert, da der Stresspegel eventuell ein anderer war, wie wenn sie immer in der Schule gewesen wären, vom Tempo her. Wir hatten ein anderes Lerntempo durch den Online-Unterricht. Es gab mehr Leistungswahrweise, die man alleine zu Hause bearbeiten konnte, weil es gab schon keine anderen Möglichkeiten, an Noten zu kommen. Das hat vielleicht den einen oder anderen unterstützt sogar, was das angeht. Aber ansonsten, denke ich, merken die Auszubildenden schon, dass man zu Beginn mit dem Orientierungseinsatz in der Einrichtung ganz gut reinkommen kann. Aber sobald dann die Fremdeinsätze starten in den anderen Settings und man auch da wieder vielleicht aus der Komfortzone raus muss, seines Mutterhauses in Anführungszeichen, man muss sich immer wieder auf neue Situationen einlassen, neues Team, andere Umgebung, anderer Ton, Altenpflegeheim und Klinik, kann ein Unterschied sein im Umgang miteinander. Klar, wieder ganz andere Abläufe. Dann plötzlich bin ich auf der Pädiatrie oder in einer Kindertagespflegestätte. Dann muss ich ambulant wieder fahren, dann muss ich in eine Psychiatrie, je nachdem, wo ich ja mein Mutterhaus habe. Es kommt dann darauf an, wo die Fremdeinsätze stattfinden, beziehungsweise zum Schluss der Vertiefungseinsatz dann der Ausbildung. Ja, es gibt viele Gründe. Schwangerschaften haben wir natürlich, Belastungen, familiäre Veränderungen, psychisch auch, das ist auch schon ein großes Thema. Wir haben ja auch ein ganz buntes Feld an Menschen, die die Ausbildung starten, dass man einfach manche Themen nicht verarbeitet hat, die man aber schon mitgebracht hat, einfach vom Umfeld her. Ja, oder einfach, wo man merkt, der Anspruch ist jetzt für mich gerade zu hoch. Es passt jetzt gerade nicht in mein Leben, weil sich eben auch Umstände verändern. Oder manche sagen, es ist doch nicht mein Beruf. Ich kann mir das doch nicht vorstellen, auf Dauer. Und das ist dann auch völlig okay. Wo ich dann sage, es ist kein verlorenes Jahr als Beispiel, sondern auch eine wichtige Erkenntnis, weil Pflege, und das betone ich immer sehr gern, kann nicht jeder und will auch nicht jeder. Und wenn jemand für sich entdeckt, ist es doch nicht mein Beruf. Das ist ja auch gewonnen, finde ich, für alle Seiten. Ja, viel besser, wie wenn man es durchzieht und dann irgendwie immer unzufriedener und unglücklicher wird. und aber keine Alternative hat. Ja, das Interesse sinkt ja auch, wenn man feststellt, ich interessiere mich da nicht so für den menschlichen Körper. Oder ja, dann wird es zäh. Und sich durch eine Ausbildung quälen, wo man mit Menschen arbeitet, zweifelhaft. Und das wird dann auch am Ende nicht gut. Und das merkt man auch, wenn man die Schüler in der Praxis begleitet oder die Rückmeldungen der Einrichtungen oder auch das Gefühl, was die einem dann vermitteln. Also quälen soll sich keiner in einer Ausbildung, wo man mit Menschen arbeitet. Das wäre fürchterlich für alle. Wobei, du hast es vorhin mit den Praxiseinsätzen erwähnt, wenn man nicht im Mutterhaus ist, sondern auf einmal Kindertagespflege oder im Krankenhaus sein muss. Ich halte Flexibilität in der heutigen Zeit für einen unheimlich guten Wert. Also weil wer heutzutage nicht mehr flexibel ist, der ist ja irgendwann weg vom Fenster. Und durch diese drei verschiedenen Professionen und immer da, immer da, immer mal da, lernt man ja eigentlich flexibel zu bleiben. Ja, also das ist definitiv ein Gewinn der Ausbildung, wenn wir auf das Thema Attraktivität kommen. Wir haben auch einige Auszubildende, die dann festgestellt haben, nachdem sie dann fertig waren, haben in der Langzeitpflege, also in dem Pflegeheim, einen Abschluss gemacht dann am Ende, dass sie sich in der Klinik sehen oder vielleicht in der Kinderkartenpflege und haben sich dann dort beworben, haben auch Chancen bekommen. Das weiß ich natürlich, habe ich mitbekommen. Wir erheben da auch Statistiken für unser Qualitätsmanagement, der Verbleib, wie ist der Verbleib danach und kriege von vielen mit, dass sie dann erstmal Fortbildungen angeboten haben, bekommen und dann sich auch langsam in das neue Umfeld nochmal einzuarbeiten, weil gerade der pädiatrische Einsatz sehr kurz stattfindet. Das ist ein Manko, da kommen wir vielleicht in der späteren Sequenz nochmal drauf, wo ich auch sage, das ist zu wenig. Da geht Kompetenz verloren. Kinderrangpflege finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Kinder sind unsere Zukunft. Und auch da müssen kompetente Menschen auf den Stationen sein, die sich mit den ganz Kleinen, mit den etwas Größeren gut beschäftigen können und auch eine Stütze für die Eltern sein können. Nicht nur für die Kinder, sondern gerade in der Pädiatrie bedeuten wir auch viel die Eltern mit, um den Eltern Ängste zu nehmen. Und wenn die natürlich merken, da ist jetzt jemand, der mir so brühwarme Geschichten da erzählt, wo man dann sagt, also die fasst mein Kind nimmer an. Also auch da ist es wichtig, einfach gut zu sein. Und die Möglichkeiten sind natürlich da. Das heißt, nach der Ausbildung sehe ich, beginnt der nächste wichtige Schritt, Erfahrung sammeln. Und eben, ich kann flexibel sein. Fortbildungen, das fordert das Ganze heraus. Lebenslanges Lernen finde ich auch sehr wichtig. Und Pflege muss sich jeder, der in der Pflege arbeitet, regelmäßige Fortbildungen machen, um wirklich auf dem neuesten Stand zu sein, auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, um unsere Profession auch wirklich professionell ausüben zu können. Und das gibt die Generalistik und die Pflege her. Und das ist für alle eigentlich sehr attraktiv. Nicht auf einem Standpunkt bleiben zu können, sondern ich kann breit gefächert viele, viele Themen, bis hin zum Studium, dass man irgendwann als Schulleiter da sitzt oder als Pflegedienstleitung oder worauf man Lust hat, wo man sich entdeckt und Neugierde, also sich rausgeziehen kann. Spannend und attraktiv. Pflege. Du hast vorhin schon mal kurz angeschnitten, der Vorwurf, oder ich habe den auch schon gehört, von alten Pflegefachkräften, die noch die alte Ausbildung gemacht haben. Ja, die sind jetzt zwar Generalisten, aber denen fehlt ja total die Spezialisierung für die Altenpflege. Was würdest du da sagen? Klar, wenn man sich den Lehrplan anschaut, das Curriculum in der Fachsprache, das ist knackig. Also da gehen wir ganz getaktet durch. Das ist mit Sicherheit in jeder Schule so. Es ist viel Stoff. Viel Stoff, viele unterschiedliche Gebiete, bedeutet aber abgespecktere Versionen. Man kann bei manchen Themen nicht mehr so in die Tiefe gehen, wie wir es vielleicht vorher in den Ausbildungen machen konnten. Und dann haben natürlich Fachkräfte, die schon länger dabei sind, den Eindruck, die können ja gar nichts. Ja, was haben denn die eigentlich gelernt? Genau, was haben die eigentlich gelernt? Ja, also da gibt es ganz viele Beispiele, wo die dann sagen, also du bist jetzt Generalist und brauchst mir gar nichts sagen. Du hast ja gar keine Ahnung. Und das geht schon mit dem Anfang los. Orientierungseinsatz, wenn die Auszubildenden hier im Block sind oder im Schultagessystem, je nachdem. Wir fangen auch mit berufspolitischen Themen an, dass die Leute wissen, wie hat sich denn die Pflege entwickelt? Wo kommt das Ganze her? Was sind Werte? Wie gehe ich mit Menschen um? Also wir gehen nicht gleich dran, sagen so, jetzt habt ihr zwei, drei Waschlappen, Handtücher und jetzt geht es los mit Körperpflege. Waschen, waschen, waschen. Ja, das ist unser Hauptjob. Nein, die sollen erst mal verstehen, was sie ja eigentlich machen. Ja, was bedeutet es, in eine Pflegeausbildung zu gehen und, und, und. Und wenn die dann von der Schule zurückkommen, fragen die so, und jetzt kannst du dann gleich da mal drei, vier, fünf, sechs Leute waschen. Und dann sagen die, ja, nee, so weit sind wir jetzt in der Schule noch nicht. Ja, was lernt ihr denn überhaupt? Habt ihr, oder lernt da gar nichts? Über was redet ihr denn da? Na ja, wir haben da halt ein bisschen über Berufspolitik und wo das Ganze herkommt. Ach, das ist doch, da geht es schon los. Da haben wir schon die Diskussion. Und ich sage immer, Leute, lernt jetzt bitte einfach auch mit den Generalisten und interessiert euch bitte auch für das Neue jetzt. Das heißt, die alten Hasen unter uns müssen sich auch öffnen. Und, weiß man alle, früher war alles besser. Immer. Früher war immer alles besser. Immer. Früher war alles besser. Es war anders. Und jetzt haben wir jetzt. Und wenn wir jetzt nicht flexibel und offen sind für Neues, dann wird es schwer im Leben überhaupt. Weil die D-Mark ist auch weg. Und der Euro jetzt schon lang. Viele Schüler von mir kennen, die Idee mache ich schon gar nicht mehr. Da brauchen wir nicht mehr diskutieren, dass sie sagen, ich rechne noch um. Ja, entdecke ich mich auch mal. Ich entdecke mich manchmal. Ja, ich auch, verdammt. Die gute alte Idee. Und bald haben wir gar kein Bargeld mehr. Ich glaube, meine Tochter kriegt das dann gar nicht mehr mit. Die weiß gar nicht mehr was. Wie es fühlt und riecht. Die Blüten. Ja, Wandel, verdammt. Nochmal, wir müssen mitgehen mit der Zeit. Ja, halten kannst du es eh nicht. Noch so eine Frage. Siehst du trotzdem eine Möglichkeit, die Generalistik mit der Tiefe der Spezialisierung irgendwie zu verbinden? Also es gibt ja noch die Wahlmöglichkeit. Die haben wir ja noch. Jetzt wir als Schule und hier Landkreis, Rastatt, Stadt Baden-Baden, auch in die Ortenau jetzt von meiner Sicht gehen und auch, glaube ich, nach Freiburg, die Caritas-Schulen. Wir sagen halt, wir bilden generalistisch aus. Natürlich haben die Außenminister die Wahl, so nach anderthalb Jahren, zu sagen, hier, ich möchte doch Altenpfleger, Altenpflegerin werden oder ich möchte in die doch Gesundheits- und Kindergartenpflege. Dann können die das wählen. Problem ist aber für uns Schulen. Welche Schule bietet es an? Welche Schule kriegt den Kurs voll? Und als kleines Beispiel, eine Nachbarklinik hier in der Umgebung hatte solche Fehler, die wollte in die Kindergartenpflege, die mussten dann jetzt nach Heidelberg fahren, um dort dann die Theorie zu machen, weil es hier in Baden-Baden nicht angeboten wurde, weil es einfach zu wenige waren. Ich kann also hier nicht einen Kurs aufmachen mit fünf, sechs, sieben, acht, die Altenpfleger oder Altenpflegerin werden wollen, dann bin ich wirtschaftlich kaputt. Weil denen darf ich ja auch nicht irgendwie, welche Larifari-Dozenten dann hin, schon kommt, die werden Altenpfleger. Denen muss natürlich bewusst sein, dass der Abschluss ein anderer ist, dass er nicht EU-weit anerkannt ist und dass dann am Ende wieder diskutiert werden kann, die sind nur Altenpfleger oder Altenpflegerin geworden für Liga Humbug, weil wir brauchen diese Menschen auch dringend. Hauptsache wir verlieren die nicht. Das wäre nämlich tragisch, wenn diese Leute sagen, gut, dann gehe ich komplett raus, weil die Generalistik will ich nicht. Also Überzeugungsarbeit, komm, bleib in der Generalistik, beiß dich durch und danach hast du die Chance. Ja, also prinzipiell der Fort-Weiterbildungsmarkt wird boomen in den nächsten Jahren, um sich dann wirklich mit dem Basiswissen, also ich sage immer so, das Fundament steht nach der Generalistik, der Keller und die Anfänge des ersten Stocks sind gemacht, die können jetzt allein laufen und jetzt musst du zum Rennen bringen, indem sie Erfahrungen sammeln und dann in den Settings, in denen sie sind, sich fort- und weiterbilden, um dann richtig stark zu werden und das im Mix mit erfahrenen Pflegekräften und den Jungen, dann wird es gut. Aber wie gesagt, noch ein langer Weg. Jetzt spielen ja auch, spielen auch die Kooperationspartner zu den Schulen eine wichtige Rolle für die gesamte Ausbildung. Hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht oder was ist zu den Ausbildungsstätten schon, was läuft da gut und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial? Verbesserungspotenzial gibt es immer, auch bei uns Schulen, überall. Es wurden Verbünde gegründet in vielen Städten und Landkreisen, das heißt, man hat sich mit mehreren Schulen, mit mehreren Einrichtungen in einen Verbund verbündet. Es gibt gemeinsame Verträge und da gibt es bestimmte Spielregeln. Ich bin jetzt schon bei mehreren Treffen auch gewesen, wo tatsächlich auch mal Einrichtungen raus waren aus dem Verbund, weil die sich an bestimmte Spielregeln nicht halt gehalten haben oder halten konnten, weil Praxisanleiter keine mehr da waren, die außerdem gesagt haben, ich kriege da keine Praxisanleitung, da fließen ja auch Gelder. Das heißt, Einrichtung X zahlt dann Y, weil die haben jetzt die zum Fremdeinsatz und dann muss ja die PA bezahlt werden, das macht dann die Einrichtung für die. Und so eine Hand wäscht dann die andere. Wir haben viele Partner jetzt und natürlich sage ich halt auch, immer mehrere Köche verderben halt auch den Brei. Das heißt, es ist ein Geben und ein Nehmen und die Herausforderung ist deswegen nicht kleiner, wenn wir viele Partner in einem Verbund sind. Aber die Städte, die gesagt haben, da brauchen wir keinen Verbund, die haben auch ihre Probleme. Die haben auch wirklich ihre Probleme von der Koordination her, die Schüler, die Auszubildenden unterzubringen in den Einrichtungen und die rudern und rudern und rudern ums Überleben, weil das einfach ein riesen Aufwand ist, die Schüler, ich sage immer, Schüler, die Auszubildenden unterzubringen, dann sind die mal krank. Dann muss wieder ein Fremdeinsatz wiederholt werden oder da fehlen noch ein paar Stunden und da fehlen noch ein paar Stunden. Das ist ein brutaler Aufwand und dann so eine Planung für ein Auszubildenden, für ein Ausbildungsplan, ach da, ich weiß nicht, wie viele Leute da dran sitzen, dass es am Ende des Tages klappt. Und da ist eine gute Kommunikation wichtig, aber Kommunikation ist schwierig. Es kann immer etwas untergehen, es kann da relativ schnell zu Reibungen kommen, und ich sage dann immer, Leute, keiner ist schuld, keiner hat Schuld. Das ist einfach schwierig, einfach zu akzeptieren, dieses Konstrukt ist schwierig und wir lösen es, wenn wir gemeinsam dann darüber sprechen und nicht suchen, wer hat jetzt den Fehler gemacht. Das ist so meine Kultur, damit umzugehen, nicht nach einem Schuldigen zu suchen, sondern wir haben ein Problem und das müssen wir uns zusammen lösen. Aber Menschen sind halt schwierig. Ja, aber das ist ja auch so ein typisches Pflegedings. Man sucht sich im Problem und sucht immer der Schuldige und ich bin genau auf deiner Schiene. Ja, es passiert, wir akzeptieren, dass es passiert ist und jetzt gucken wir, wie wir es besser machen. Wie wir rauskommen aus dem Schlamassel. Also wenn ich irgendwo im Schlamm feststecke, dann suche ich ja jetzt nicht mal nach den Schuldigen. Vielleicht war ich selber, der reingelaufen ist, sondern ich brauche jemanden, der mir hilft. Und wenn mir dann jemand die Hand hinhält, kann man sich gemeinsam rausziehen. Und danach kann ich immer noch sagen, Mensch, ich glaube es lag an mir, sorry, aber wir haben es jetzt gelöst und es passt nichts mehr besser drauf. Aber es gibt keine Garantie, dass nicht immer etwas schiefläuft. Es sind Menschen, wir haben im Alltag wahnsinnig viel zu tun, brauche ich dir nicht sagen. Du schaffst auch was, glaube ich. Nee. Ah, okay. Also das ist bestimmt so ein schlechtes Beispiel. Super schlechtes Beispiel. Wenn es mir danach ist, dann gucke ich halt bei dir mal schön vorbei. Was ist Couch? Couch halt. Couch und Bürgergeld. Ja, das muss man aber auch erst mal machen. Okay. Nee, also, ja, es geht auch hier gemeinsam, aber es ist schwierig, weil einfach sehr, sehr viele... Hartz IV Pizza und Bier fällt mir da jetzt noch ein. Ein schöner Spann. So, dann kann man den auch nochmal durchlaufen lassen. Ja, okay. Also wenn ihr heute irgendwas gelernt habt, dann diesen Spruch. Ja, mir bitte nicht so gut zuhören. Ja, ja, Es wird geschnitten. Nee, wird nicht geschnitten. Verdammt. Schneiden doch nichts. Pass auf, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, ja, und du hast schon ein bisschen beschrieben, woran es hakt, welche Hürden siehst du bei dieser ganzen Generalistik? So aus deiner Sicht als Schulleiter? Hoch diskutiert werden halt die Nadelöhre dieser Ausbildung. Ich leere kurz, was damit gemeint ist. Das war schon immer die Pädiatrie. Mit Beginn der Generalistik und auch in den Vorplanungen schon war uns klar, wir werden zu wenig Einsatzmöglichkeiten für die Pädiatrie haben. Das heißt, relativ schnell mussten alle verstehen, dass wir ausweichen müssen. Es waren Arztpraxen im Gespräch, Kindertagesstätten, Schulen mit Kindern, die eine besondere Hilfe benötigen. Dann ist man darauf eingegangen, man hat auch den Einsatz von 120 Stunden, da kann ich mich jetzt nicht festlegen, ob es im ganzen Bund so ist, in Deutschland, in Baden-Württemberg zumindest hat man dann gesagt, nur 60 statt der 120, aber wir werden gucken, dass wir da wieder in Richtung 120 kommen. Jetzt haben wir so einen Einsatz so zwei, drei Wochen und das war dann der Pädiatrieeinsatz und das ist schade, ich habe es ja vorhin schon mal eingangs auch erwähnt, da fehlt was. Die Ausübenden sagen auch, heute war ich da drei Wochen in einer Kindertagesstätte, das war nett, das war wie bei mir daheim, weil ich habe selber zwei Kinder, die streiten sich und die Helikoptereltern finden das eh alles so blöd, auch da ist Personalmangel, die Erzieherinnen überlegen selber, was machen wir jetzt mit denen, die da kommen, was zeigen wir denen, okay, da haben wir jetzt eine hysterische kleine, beobachte die mal ein bisschen und zieh dann ein Fazit, so jetzt ein bisschen übertrieben und guck mal die an, was sie schon für Medikamente nehmen müssen, so die armen Würmler, dabei sind sie einfach nur aufgeweckt anstatt überaktiv, wir waren wahrscheinlich früher aufgeweckt. Wir zwei? Ja. Wir haben wahrscheinlich unsere Erzieherin zur Weißglut getrieben, so aktiv wie wir waren. Ich habe meine Alts getreten, aber das schneiden wir auch wieder raus. Ich wollte nämlich eine Hinlauftendenz, ich wollte immer weglaufen. Und Schlagtendenz. Richtig, ja. Ja, also eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Ja, da frage ich halt, was bringt es? Ja, was bringt das Ganze? Und da diskutieren wir schon auch drüber. Und auch ich sage immer wieder, gehört, das Wort ist sehr kritisch, was ich sage, die Kinderkrankpflege, Gesundheitskinderkrankpflege, wirklich in dieses Konstrukt. Natürlich, es wird so bleiben, aber ich denke, da muss man noch ein bisschen was drehen, auch im Lehrplan, es ist sehr wenig Inhalt. Und für uns als ehemalige Altenpflegeschule auch extrem schwierig, jemanden zu finden, der das unterrichten kann. Weil prinzipiell die Voraussetzungen Bachelor, Master, ja, dass das Ganze wirklich hoch anerkannt wird von den Regierungspräsidenten in unserem Fall. Aber diese Leute liegen nicht auf der Straße. Das heißt, ich als ehemaliger Altenpfleger, oder ich bin ja noch Altenpfleger, habe nie in der Kindergangspflege gearbeitet. Ich würde mich an das Thema nicht rantrauen. Es ist einfach besser, wenn da jemand kommt und sagt, ich mache das schon seit 5, 6, 7, 8 Jahren, ich habe das gelernt und ich hatte schon Babys und Mom und ich war bei einer Geburt dabei und ich kann einfach Erfahrungen zurückgreifen. Finde ich viel wertvoller, als wenn ich jetzt irgendwas erzähle vom Pferd. Und ein Kind hat Schnupfen und dann läuft es halt die Nase. So, kommen wir zum nächsten Thema. So, da haben wir nichts davon. Also das ist eine ganz wichtige Schraube. Jetzt wird es auch immer kritischer, je nachdem in welchen Städten unterschiedlich, die ambulante Pflege. Nicht alle ambulanten Pflegedienste wollen ausbilden oder haben die Kapazität auszubilden, weil Praxisanleiter fehlen. Das heißt, auch hier wird der Gürtel immer enger und auch auf den Akutstationen wird es langsam schwieriger. Abbau von Krankenhäusern bedeutet, weniger Möglichkeiten, die zu verteilen. Also das ist auch so ein Gegenpol, der nicht ganz zu dem Konstrukt passt. Und wenn irgendwann auch die Akuteinrichtungen sagen, wir haben jetzt keinen Platz mehr, das ist jetzt mir passiert aktuell, dann kommt es wieder drauf an, haben die Azubis, haben die einen Führerschein, wo wohnen die? Wenn die ein bisschen dörflich wohnen, ja, dann müssen sie flexibel sein. Dann müssen sie halt mal da in eine Wohnung und dann sind sie da ein paar Wochen und dann sind wir beim Thema Attraktivität wieder. Viele haben dann noch Kinder und dann geht es nicht wegen der Arbeitszeit Man muss auch hier neu überlegen, dem Stand 2024 entsprechen, auch den Problemen, die halt Auszubildende mitbringen, weil sie halt sind, wie sie sind. Viele, ja, haben ja auch Migranten da, die kommen nicht mit einem Auto hier an, die haben noch keinen Führerschein, die leben ein paar Wochen, Monate in Deutschland, haben die Qualifikation hier anzufangen, aber das ist für die schon ein Brett. Neue Sprache, ein neues Land und dann in dieses Rad, Hamsterrad reinzukommen und das ist dann für viele auch wieder ein K.O.-Kriterium relativ früh. Also man muss die Leute auch mit an die Hand nehmen und Generation Z, ja, wir haben da ganz viele Herausforderungen in Zukunft. Die Lehre ist nicht mehr so einfach, wie sie vielleicht noch vor ein paar Jahren waren, sondern auch da ist der Druck höher. spannend, herausfordernd. Aber es muss einiges noch gemacht werden, ja definitiv, da muss man sich zusammensetzen, Stellschrauben nochmal neu drehen, die Probleme, die man jetzt erkannt hat, sind bestimmt Probleme, die man irgendwie lösen kann, aber was das Schlimmste wäre, dann komme ich vielleicht abschließend zu dem Punkt jetzt, außer du hast noch eine Frage an mich, dass man diese Probleme unter den Teppich kehrt und sie nicht anspricht, weil das, was ich jetzt hier sage, ist ja kritisch-konstruktiv. Ich sage nicht, das ist alles blöd, sondern ich sage, das ist gut, aber es wäre eventuell mit einer anderen Umsetzung vielleicht noch besser und da müssen wir hin. Ja. Siehst du irgendwelche Chancen? Wenn manche vielleicht nicht stur bleiben und sagen, so machen wir es, sondern auch wirklich zuhören, dass die Entscheidungsträger auch sich das durchlesen, was Schulen, Praxis rückmeldet und nicht nur sagen, ach Gott, da kommt ja wieder was, der kritisiert, schnell weg, sondern will ich zuhören, will ich zuhören, was die, die tagtäglich damit zu tun haben, sagen. Und wir haben ja auch immer noch Lösungsvorschläge, es ist ja nicht so, dass wir nur kritisieren, sondern wir haben ja auch Ansätze und dann einfach mal ein bisschen locker werden und sagen, gut, gepflegter Austausch am runden oder eckigen Tisch, wie auch immer. Man kann sich auch mal um die Ohren und sagen, was einem gerade stinkt, finde ich auch nicht schlimm. Zankt man sich mal ein wenig und dann versucht man einfach gemeinsam den Weg zu gehen. Aber dann muss jeder offen sein dafür. Ja, ich glaube, das ist total entscheidend, dass die, die es umsetzen und die, die es ausführen, dass die auch zu Wort kommen, weil oft die Entscheider, die sind ja zu weit weg und naja, dass die eben Ideen einbringen, weil die kennen es aus der alltäglichen Arbeit und wo auch die Punkte sind, die jetzt halt tatsächlich, wo es knackt und wo es halt hakt. Ja, es kommt halt auch immer auf den Ort drauf, wo bin ich, wo ist meine Schule, wo sind unsere Einrichtungen, wie leben wir, wie ist das Umfeld, ist es auf dem Land, ist es mitten in der Stadt. Da sind viele Faktoren abhängig davon, wo ist die nächste Klinik, wo wäre die nächste Pädiatrie, wo sind noch ambulante Pflegedienste. Es kann auch sein, dass man so schlecht vernetzt ist, dass man tatsächlich im Umkreis es von vornherein schwierig ist, das alles gut hinzubekommen. Wo wohnt der Auszubildende? Hat er ein Auto, hat er kein Auto? Wie fährt die Bahn? Wie fährt der Bus? Kann jemand zum Frühdienst kommen? Kann jemand nichts? Und, 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 und. Das sind so viele Dinge und man muss einfach nicht sagen, du wolltest die Ausbildung, so, dann musst du dich jetzt darauf einlassen. Klar, schon, ich suche es mir ja selber aus, was ich mache. Aber wir müssen über diese Probleme reden, denn, wenn es uns in Zukunft wichtig ist, dass die Ausbildung noch von vielen gemacht wird, weil die sind ja, die, die aktuell in der Ausbildung sind und die es jetzt gemacht haben, sind ja die, die Werbung machen. Nicht ich. Ich schon gar. Ich kann sagen, alles easy peasy, kommt in die Pflege. Dann auch, irgendwas hat einen Haken, der ist immer so gut drauf. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Kann nicht sein, der will nur Schüler an der Schule. Nee, muss hier ehrlich miteinander umgehen. Ja, einfach sagen so, die, 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 die Schwierigkeiten haben wir und die müssen wir angehen. Und wenn wir die aus dem Weg geräumt kriegen, so. Wenn es mir so einfach wäre, gell. Ja, aber es geht eben nur im Diskurs. Ja. Und dass eben beide Seiten zusammenkommen. Ja, oder mehrere Seiten. Aber da gehen ja schon die Streit. Oder Ebenen. Ja, und das ist eben so, Pflege endlich mal als Eins denken. Ja, und nicht nur als wir sind die, wir sind die, wir sind die. Wir sind die. Das ist schon der erste Schritt. Was passiert unter den Schulen? Ja, wir bieten jetzt alle das Gleiche an. Was passiert? Konkurrenzkampf. Jeder will ja Schüler haben. Ja, früher war es noch so, okay, die Krankenpflege macht die Gesundheitskranken, Kinderkampf, okay, sind keine Konkurrenten für uns Altenpfleger. Jetzt, jetzt stehen wir in Konkurrenz. Ja, ja. Natürlich sieht man dann bei den Schulleitertreffen an einem Tisch, Stößchen und wie läuft es für euch so? Ja, und dann, wie viele Schüler habt ihr denn gerade so? Oh, die haben mehr wie wir. Dö, dö. Ja, so, warum haben die mehr? Was machen wir falsch? Es kann positiv sich auswägen, weil jeder versucht immer konkurrenzbelebtes gut zu sein. Aber wenn es entgegeneinander wird, wird es dann auch wieder eklig. Ja. Das ist kein Ponyhof. Das ist kein Schlotzer. Genau, das wollte ich auch erst sagen. Aber als Pferdeallerger habe ich jetzt den Ponyhof genommen. Vermeide ich das. Pass auf, ich hatte noch eine Frage an dich. Ich muss geschwind schauen, weil es mir abhandengekommen ist. Genau, die einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer, zur Pflegehelferin. Was ist da der Unterschied zur bisherigen? Und wem würdest du die Einjährige empfehlen? Also auch hier sind wir ja gerade dran, in den Bundesländern eine neue Einjährige Ausbildung auf die Beine zu stellen. Die Länder haben sich auch schon schwer mit diesem Thema beschäftigt. Ja, im Rahmen des Föderalismus haben ja die Länder auch oft die Hochheit, dann da bestimmte Dinge noch mit zu entscheiden an der Ausbildungsprüfungsverordnung etc. Finanzierung und so weiter. Jetzt hat sich der Bund auch hier mit reingetan und vermutlich werden die Länder jetzt sagen, okay, dann lassen wir das, wenn der Bund eine einheitliche Sache hinbekommt, machen wir das. Das heißt, im Juli 2024 sollen hier die aktuellen Dinge kommen, das Ding soll da eventuell in Kraft treten und man kann, wenn man will, also alles kann, nichts muss, schon im September, Oktober mit der neuen Generalistischen Pflegehilfeausbildung, wie sie in Baden-Württemberg heißen wird oder Assistenzausbildung ist auch ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, in den Bundesländern starten. Wir persönlich als Caritas-Fachschule haben uns jetzt schon dagegen entschieden, wir werden auch dieses Jahr noch mal den Altenpflegehilfe-Zug fahren, den wir auch vorher gemacht haben, weil wir die Umsetzung nicht in so kurzer Zeit schaffen. Das ist schlichtweg so, dafür fehlt Personal, dafür fehlen Ressourcen, das Ganze will man ja auch gescheit anfangen und nicht irgendwie so Wischiwaschi. Die ganze Sache wird mehr der Generalistik angepasst, das ist sinnvoll, dass wir auch Menschen hier aufnehmen können mit einem Hauptschulabschluss, die dann über das Einjährige die Möglichkeit haben, als Einjährige weiterzuarbeiten. Auch die werden in Zukunft wichtig sein, aufgrund des neuen Pflegepersonalbemessungsgesetzes, nach der Rotgang-Studie werden wir viele gute Hilfskräfte, Hilfe brauchen. Die werden sehr wichtig sein weiterhin auf der Station. Das sind die Indianer, das sind doch die, also, naja wirklich, das sind doch die, die an die Bewohner dran sind, also noch mehr wie auf die Fachkräfte. Die Zukunft wird so aussehen, dass die Fachkräfte tatsächlich managen, da führt auch die Generalistik schon ein Stück weit dazu hin, im Hintergrund auch oder die Behandlungspflege, auch hier vorbehaltene Tätigkeiten und so weiter, das passiert gerade ganz, ganz viel auf der Ebene, weil man merkt, man muss jetzt was tun und versucht da viele Dinge mit ins Spiel zu bringen. Von daher, Helfer sind wichtig und die, ja, sind wir einfach mal gespannt. Das Curriculum kennen wir schon etwa, so den Aufbau der Kompetenzbereiche und ich glaube, das wird eine ganz gute Sache und unterscheidet sich dann natürlich auch inhaltlich zu den jetzigen Helferausbildungen, die es aus der Gesundheitskranktenpflege gibt und aus der Altenpflege und das ist natürlich ein sinnvoller Weg. Und ihr habt es richtig verstanden, der ist angepasst an die dreijährige generalistische Ausbildung. Ja, ist ja auch sinnvoll, dass da zwei völlig unterschiedliche Kanäle aufgemacht werden. Weil aktuell haben wir es einfach so, man kann, wenn man jetzt eine Helferausbildung gemacht hat, kann man verkürzt auch in die Generalistik. Bedeutet, man könnte ein Jahr verkürzen und geht ins zweite Ausbildungsjahr. bieten Schulen an. Ich habe da meine eigene Meinung dazu, da stehen auch viele so dahinter mit meiner Meinung, wo ich sage, tut es euch nicht an, weil die Unterschiede sind inhaltlich noch zu groß, um dann gleich ins zweite Ausbildungsjahr Generalistik zu gehen. Schon nach vier, fünf Monaten dann die Zwischenprüfung zu machen, wäre für mich nämlich so ein Thema, wo ich sage, okay, das könnte Abbrüche fördern, weil man muss einfach viel nachholen, hat noch keine Noten, hat Druck von Anfang an. Die generalistische Pflegehilfe-Ausbildung, die kann dann abgezielter sein, dass man sagt, okay, es wäre vielleicht hier kein Problem mit einem gewissen Notendurchschnitt, früher war der bei 2,5, ins zweite Ausbildungsjahr zu gehen. Aber man muss verstanden haben, dass das schon etwas anders läuft und dass man dann halt schon einen erhöhteren Stress auch hat, auch die Einsätze nachzuholen. Und das muss man dann sich genau anschauen, auch individuell. Aber aktuell, ja, bei uns weiter die Altenpflegehilfe in vielen Einrichtungen und die Krankenpflege in den Krankenhäusern. Passiert viel gerade. Ja, spannend. Ja, tatsächlich. Spannende Zeiten. Und ja, ich habe so das Gefühl, so wie du das beschreibst, es ist viel im Wandel gerade, Personalbemessungsinstrument, dann die Vorbehaltsaufgaben, jetzt die Generalistik, also da tut sich unheimlich viel. Allein durch das Pflegestudiumssteigerungsgesetz haben wir jetzt wieder eine andere Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Das heißt, wir haben jetzt letztes Jahr im September noch ein gewisses Berechnungssystem gehabt, was sich jetzt wieder geändert hat aufgrund des Pflegestudiumssteigerungsgesetzes. Wurde jetzt auch schon im Frühjahr bei unseren Wiederholern angewandt. Das heißt, auch hier haben wir schon wieder was Neues. Es sorgt halt immer alles für Verwirrung. Und wie gesagt, wir sind immer noch in dem Prozess, das Neue zu gewöhnen. Das ist keine Routine. Keinerlei Routine. Und dann kommst du das nächste Mal. Dann hast du das eine gerade so halb kapiert, kommt das andere wieder und dann sagst du, das ähnelst doch dem, wie man es mal zur Altenpflegezeit gemacht hat. Aber dann sage ich aber, Manuel, denk nicht so viel nach. Denk nicht so, tu es, wie es jetzt da steht. Oder frag, im Präsidium nach, im Regierungspräsidium und mach und halte dich an diese Vorschriften und denk nicht mehr so viel nach. darf nicht mehr alles hinterfragen. Ja, aber wobei wir bei dem Ding sind und ich glaube, das wird eine Grundeigenschaft von Menschen jetzt schon und auch in der Zukunft zu sein, wie du es gesagt hast vorhin. Wir werden aus dem Lernen immer rauskommen. Wir werden ein Leben lang lernen und das Lernen wird mit der Ausbildung nicht abgeschlossen sein. Sondern das geht weiter. Und selbst ein Schulleiter wird nicht aufhören zu lernen. Ganz zu Beginn habe ich gesagt, auch Lehrende werden zu lernen. Das ist ein tolles Zitat eines Kollegen von mir, der hier an der Schule war, noch vor kurzem. Und das stimmt. und auch in der Praxis. Die Praxisanleitung was komplett Neues, neue Herausforderungen. Es ist schon klar, dass es nicht sofort greift. Ist ja auch gar nicht schlimm. Dann wird die Praxisanleitung schwanger, dann guck mal, dass eine neue oder kündigt oder der Praxisanleiter... Warst du das, dass die schwanger? Nein, wir kannten uns nicht. Das muss der Kollege von Born to Pflege gewesen sein. Mir fällt aber gerade seinen Namen nicht ein. Der war da zu dem Zeitpunkt zu einem Interview... Ich weiß es nicht mehr. Aber so in die Richtung... Ja, vertiefen wir es nicht. Genau, ja. Beim Vertiefungseinsatz vielleicht ist das nicht. Okay, also gut, ja, man steckt nicht drin. Oder vielleicht doch. Genau, ja. Was ist mit dir los heute? Furchtbar. Cut. Ich glaube, wir kommen jetzt zu einem Ende, oder? Wahrscheinlich, ja. Genau, zum Happy End. Okay, lebenslanges Lernen. Ja, Manuel. Ja. Wir von Born to Pflege, wir wünschen dir und deinem Lehrerkollegium wirklich alles Gute und vor allem, na ja, ganz viel Gespür und für eure Schüler und du hast es angesprochen, es gibt so viele Gründe, warum Leute abbrechen und warum sie es schwierig finden. Ja, Gespür für eure Schüler auch immer wieder, das dann mit den Arbeitgebern oder Ausbildungsstätten gut lösungsorientiert für die Schüler da zu sein. Das wünschen wir euch ganz arg. Ja, ich sage danke, dass du da warst. Es tut immer wieder gut, einfach ehrliche Worte auszutauschen mit ein bisschen Humor. Pflege und Humor sind ganz wichtig. Ohne Humor wird man verrückt. Wir lachen, aber ich habe auch immer viel gelacht, wenn ich noch in der Pflege gearbeitet habe. Oder hast du jetzt als Schulleiter auch noch viel lachen? Ja, im Keller dann. Nee, vielen Dank, dass du da warst. Das tut gut, wie ich ganz schön gesagt habe, zu sprechen und ja, ich hoffe, dass viele zuschauen und sich abgeholt fühlen mit dem, was wir jetzt besprochen haben und gemeinsam sind wir stark und Manuel, danke dir. Ich danke dir. Ich fand diesen Satz von Manuel Benz unheimlich spannend. Wenn was neu anfängt, dann kann ja nicht alles gleich funktionieren und ich glaube, den darfst du dir mitnehmen für dein Leben. Wenn du eine Ausbildung angefangen hast, das läuft nicht alles von Anfang an rund. Und wenn du vielleicht den Job gewechselt hast, da kann nicht alles von Anfang an rund laufen oder du bist jetzt Praxisanleiter, dann braucht es einfach ein Ausprobieren, um da reinzukommen oder du hast das Pflegeteam gewechselt. Ja, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen holprig. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass du dein Bestes gibst und dass alle anderen auch ihr Bestes geben, um dann zusammenzukommen. Eine Lösung, Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man nimmt was wahr, merkt, es läuft noch nicht unrund, denkt ein bisschen nach, nicht ins Jammern oder Goschen kommen, sondern zusammen zu überlegen, wie können wir es denn gemeinsam besser machen. Genau. In dem Sinn, ich wünsche dir eine gepflegte, gute Woche und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.